Untertitelung des ZDF, 2020 Wir freuen uns, dass ihr alle gekommen seid. Ich wollte sagen, dass Pascal aus Thailand ganz fest gekauft hat. Und dann auch. 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 Und dann auch mal zu so Adressen zu kommen. Und wer wir aber nicht gefunden haben, das ist der Hilmi Feratov. Der Stand. Ja, aber nicht mehr. Ja. Also ich habe eben. Einfach, wenn ihr ihn irgendwann mal gesehen. Wir können dir ja sagen. Eigentlich wäre ich da gewesen. Und der Andreas Eckel. Der ist auch unauffindbar. Fünfte, sechste ist er zu uns gestossen. Und die Amerikaner. Der Frederic Daiti. Der ist aber auch in den Nationalisten. Der ist in Amerika. Aber wir haben ja auch Gast aus Thailand. Extra. Und wie das eigentlich entstanden ist. Ich war im KKL an einem Konzert. Und plötzlich macht mir einer so und sagt, Hoi Christi. Und ich drehe mich um und ich schaue in das Gesicht eines Mannes. Und ich kann ihn echt nicht kennen. Aber anhand der Stimme habe ich gewusst. Das ist der Toni. Er hat 20 Kilo zugenommen. Er hat sich wirklich sehr verändernd. Extrem. Und dann... Das ist ein schönes Schönling. Ja, das war ein schönes Schönling. Und dann haben wir, das war im Februar, und dann haben wir gesagt, komm, wir treffen jetzt einfach mal... Im Mai greifen wir uns. Nein, im März. Was war das? Sorry, danke Karin. Stehe ich auf? Nein. Also... Wir haben das Treffen im Rebstag mit denen, die wir noch wissen oder kennen. Ganz unkompliziert. Da waren wir 5, 6, 7 Nasen. Und dort haben wir gesagt, Karin und ich, wir haben gesagt, komm, wir organisieren es jetzt einfach im Grossen. und schauen, wie viel wir nach so vielen Jahren wieder an den Tisch bringen. Und wir haben auch Freude, dass du Susanne auch hier bist. Ja, sehr geil. Und wir haben jetzt viel gekostet. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also Trautmann-Left. Ja, Trautmann-Left. Trautmann-Left. Und dann wissen wir, dass wir die auch nicht mehr leben können. Ja, wir sind ja schon älter. Ja, ja. Jetzt Achtung. Botti, oder Filmen, oder? Das ist Film. Das ist ein Buch. Ja, was soll ich sagen? Ja. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Sonst lange nicht für alle anderen dann auch. Freut mich natürlich besonders, dass wir das hier gearbeitet haben. Ja. Du hast auch viel dazu beigetragen. Du hast auch Nachforschungen betrieben. Und er freut mich, dass es vor allem klappt hat. Dass wir uns sehen. Ja, ja. Im Frühling bestand es nicht klappt. Ja. Aber wir machen sonst noch ein gemeinsames Essen. Das können wir auch gerne machen. Du kommst mal nach Kälern, oder? Ja, dann möchte ich auch mal. Ja, möchte ich auch mal. Wie isst du das? So. Vino. Vino. Dein Name ist? Silvia. Viemals Weiss. Jawohl, richtig. Ceci Lopez. Ceci Lopez. Willst du mal in Thailand? Ja. Sie sind in Thailand. Was weisst du? Wie isst du deine Name? Angela? Jawohl. Das ist mein Krokodil-Fan. Das ist ein Krokodil-Fan. Ich schluck ihn auch, Pascal. Mein Name ist Urs Baumgartner. Wir sind zusammen in der Schule. Was möchtest du wissen von mir? Das ist klar. Dein Name? Regula. Regula. Ja, genau. Aya. Genau, ja. Ich sage nichts. Hey, tschau. Pizana. Silvio. Freut mich. Und Herrlin. Ja, das ist ein Tafanaro. Offiziell, du hutsst es abwürdig. Und? Tali. Hi. Sorry, Cap. Warte, ich habe ... Du redest heim, habe ich gehört. Ah, okay. Hat sich das schon herumgesprochen? Ja, okay. Komm mal. Habe ich schon, ja. Thomas Wittmer. Genau, richtig. Ja, ja. Mich selber, ja. Das ist nicht richtig. Wer bist du? Wurst. Eiks. Natürlich. Sorry. Und? Wer haben wir da? Priska? Kennst du mich nicht mehr? Mal, aber für später einfach. Für später? Ja. Noch später. Hallo. 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 Wie ist das? Hallo. Hallo. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Ja, es ist ganz sicher. Es geht auch nicht. Und grüß dich Pascal. Wir können uns aber gut. Jedes Mal, wenn du mich aufnimmst, habe ich irgendwie ein Glas wie in den Hand. Aber mit der Kirs kommt mal. Genau. Ja, genau. Ja, Jean Pascal. Marcel Rocha. Marcel Rocha. Und ich bin auch mit dich in Schul. Ja, lange Zeit. Radio Esseres. Ja, Radio Esseres. Ja. Und dein Name? Renate. Renate. Früher der Müller, jetzt der Leuke. Jawohl, ja, gut. Ja, hoi Basky, ich bin Dorina, einmals Brunner. Danke vielmals, dass du uns da so aufnimmst und uns da zeigst. Okay, gut, merci. Danke schön. So, jetzt weiss ich noch, nehmen wir langsam wieder. Jetzt ist es alle von Fristinnen. Nachsache. Aber dann auch einfach an den Drücken. Das sind zehn. Das ist alles. Danke. 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 Sag mal, hier. Ja, eine Stunde. Ich bin im康, weil es nicht alles university ist. Nein. tinc gar orthempl Entschuldigung, die alles, ich rufe. Jetzt geöffnet sich mit dem Leyte. Bremsaar, das ist so eine Frau, so eine Frau, so eine Frau, so eine Frau. Aushalt, um an diesen diyor zu kommen. Ich habe einen Monatschmi, ich habe einen Monatschmi. Ich werde mal schauen, was man will. Was? Ich habe einen Schuh geimpft, ich weiss nicht, ich habe einen Schuh. Ich habe einen Schuh geimpft und ich habe einen Schuh geimpft. Du, oder? Ja, du. Du, wir machen eine Marke. Und du brauchst auch eine Würste, ja. Ach, doch! Nein, du brauchst dich nur noch einmal. Schnell, du brauchst dich nicht. Musik 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 Musik